So Leute, ihr seht, ich wollte gerade anfangen die Aufgaben für euch vorzubereiten und Melly hat mich dann auch wieder beschenkt. Ich sage, ihr seid echt bescheuert. Positiv bescheuert, aber teilweise doch bescheuert. Ich mache doch nichts. Warum beschenkt ihr mich so? Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus natürlich an Melly. Wie gesagt, die Leute, die mich beschenken, gerne oben rechts oder in der Videobeschreibung und gerne den Kanal von denjenigen besuchen, gerne ein Abo dalassen, auch wenn sie noch kein Video haben. Aber dann haben sie wenigstens schon mal ein Abonnent mehr. Einfach so ein bisschen Support zurückgeben. Also in dem Sinne erstmal danke dafür und wir gucken natürlich rein, was es ist. Und die Stellen klingen. Wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank dafür. Ich kann halt immer nur Danke sagen. Ich versuche mich halt irgendwie zu bedanken, indem ich euch ein bisschen supporte und einfach euren Link unten rein poste. Also wie gesagt, lasst ein bisschen Liebe da und gebt auch da ein bisschen Support zurück. Und in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank.